Vielen lieben Dank. Gibt es sonst noch jemand, der nicht auf der Liste steht und noch was sagen möchte? Nein? Ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Nächste Woche ist der Open Commons Kongress zum Thema Jugend im Netz. Wir machen einen Crashkurs in Linz, im Linzer Wissensturm für Erwachsene. Und wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen.